Neu im Sortiment von Berg, der E-Pedal-Go-Kart. Diese Pedal-Go-Karts sind mit einem 250 Watt Elektromotor ausgestattet, der Drähtunterstützung bietet. Der E-Pedal-Go-Kart hat vierstufige Drähtunterstützung, Eco, Tour, Sport und Turbo. Der Akku dieses Pedal-Go-Karts ermöglicht mindestens zwei Stunden lang eine sorglose Fahrt. Mit dem E-Pedal-Go-Kart von Berg sind Geschwindigkeiten bis zu 16 Stundenkilometer möglich. Dieses Modell ist für Kinder ab sechs Jahre geeignet und mit fast allen Themenpaketen erhältlich. Die Unterstützung erfolgt über einen Drehmoment-Sensor, der die eigene Pedalkraft vervielfacht. Die natürlichste Art der Drähtunterstützung. Der E-Pedal-Go-Kart ist nun mit einem neuen Themenpaket erhältlich. Berg-Hybrid Ich heiße Erik Visser und bin Produktmanager für Large Ride-Ons.